Boah, Chris, war dieser 20. Oktober 2024 der schlimmste Tag, den du je mit dem Clip-Lot erlebt hast? Auf jeden Fall. Also da gibt es, glaube ich, nichts Vergleichbares, nicht mal annähernd. Also ich habe auch schon eine Derby-Dienerlage zu Hause erlebt, auch dieses 1 zu 3 2017. Aber das hatte auch ganz andere Vorzeichen, andere sportliche Vorzeichen. Aber auch die Art und Weise, wie man da jetzt verloren hat, war schon extrem. Es war extrem und es war historisch, weil das Clip hat tatsächlich, wie du sagst, hat schon mal ein Derby zu Hause verloren, 2017, 2018. Damals ist der erst 17 Nürnberg aufgestiegen. Aber ansonsten so eine Schmach, wie ich es genannt habe, so ein Debakel, dass man ein Derby 4 zu 0 zu Hause verliert. Da muss man schon sehr weit in der Geschichte zurückgehen. Und das hatte ich auch in einem Kommentar am Sonntag direkt nach dem Spiel geschrieben. Wir hatten ja auf NNDE zwei Kommentare, einen zum Klub, einen zum Clip-Lot. Also quasi ein Sieger, ein Verlierer-Kommentar. Und ich fand schon, dass es tatsächlich, also nicht nur, dass es der bitterste Moment dieser Viertel- oder Zweitliga-Geschichte seit 1997 war, sondern auch, dass es halt einfach für eine ganze Generation an Fans, die so, ja, die eben nach 1997 geboren wurden, oder auch für mich, der dann nochmal deutlich davor geboren wurde, aber trotzdem einfach prägend war, weil es einfach der schlimmste Tag ist, den es tatsächlich mit diesem Verein erlebt haben. Es gab, ja, es gab Spiele gegen Bochum und Auel zu Hause, die man mal hoch verloren, da gab es 0-5 zu Hause auch mal. Es gab Kerva-Spiele, die wirklich nicht schön waren, die man sich dann schön getrunken oder schön gegessen hat danach. Es ging alles, aber dieses historische Ausmaß eines 0-4 im Derby zu Hause, noch dazu mit dieser Leistung, mit den Umständen, damit man sich kaum gewehrt hat gegen diesen Niederlag, dass man einfach irgendwie alles hat geschehen lassen, das war wirklich prägend, oder Chris? Ja, also da kam ja wirklich alles zusammen. Gerade sowas zu Hause zu erleben, ist, glaube ich, auch nochmal krasser. Also man hat ja ein bisschen das auch negativ prägende Derby dann in Nürnberg 2022 erlebt, nach dem Abstieg. Das war schon auch ganz komisch, weil man da einfach die vierte Spielverhandlung nicht wiedererkannt hat, weil man da die Derby schon immer anders angenommen hatte. Aber zu Hause 4 zu 0 zu verlieren, sich überhaupt gar nicht zu wehren, noch dazu mit den ganzen Vorzeichen, die eigentlich teilweise dann schon okay waren und gut waren, die anders waren als sonst, weil ja dann auch die Mannschaft und die Fans ja doch mehr Berührungspunkte nochmal hatten. Es gab den Trainingsbesuch beim Abschlusstraining am Tag davor. Es gab dann noch den Bussparlier direkt vor dem Spiel. Das sind doch mehr Berührungspunkte und noch vielleicht ein direkteres Einwirken, als man das vielleicht sonst so hat mit Märschen oder so. Aber es hat anscheinend nichts gebracht, vielleicht auch noch irgendwie negativ beeinflusst. Ich weiß nicht. Also wie das dann dabei herauskommen kann, ist schon wirklich, da fehlt einem möglicher Erklärungsansatz auch. Ja, da fehlt sehr viel dieser Erklärungsansatz. Ich habe ja am Sonntagabend schon mit vielen Leuten gesprochen. Wir haben Nachrichten bekommen, Grüße an alle, die sich an mich gewandt haben. Sorry an alle, an denen ich nicht ausführlich genug antworten konnte, für die ich keine Zeit hatte, um zu telefonieren. Aber es hat jeder irgendwie versucht, damit fertig zu werden. Und keiner hat es irgendwie geschafft, jeder hat es irgendwie versucht. Wir versuchen es in dieser Folge auch wieder, für uns selbst damit irgendwie, das irgendwie alles aufzuarbeiten. Für euch alle vielleicht auch, weil wir wissen ja, dass es manchen und mancher von euch auch einfach hilft, das einfach nochmal anzuhören, wenn wir darüber gesprochen haben, mit auch Einordnung, vielleicht auch eine Bestätigung, dass man selber das nicht so schlimm nur gesehen hat, sondern dass es jeder so wahrgenommen hat, Chris. Aber du hast auch gesagt, beim Abschlusstraining fandest du die Reaktion der Mannschaft jetzt auch nicht so gut. Also ich fand tatsächlich ja den Trainingsbesuch rein von Fansseite, fand ich ihn gut, wie ich ihn wahrgenommen habe. Es waren erstaunlich viele Menschen schon vor 11 Uhr da. Es war laut, es gab Spruchbänder, Fahnen. Also das war tatsächlich was, was eine Mannschaft vor einem Derby vielleicht schon nochmal pushen kann, weil es auch bei allen die Sinne schärft oder bei jungen Spielern, dass man auch sieht, was das für die Fans bedeutet, dass es halt keines von 34 Spielen ist, auch wenn es genauso wie in allen anderen Spielen nur drei Punkte gibt. Aber dass es schon mehr war, aber du sagtest, dass du da schon eine fehlende Wachheit, Intensität, Geilheit, wie auch immer wahrgenommen hast. Ja, also es gibt ja dann immer so seinen Ablauf. Es gibt noch spezielle Worte, die dann der Vorsänger an die Mannschaft richtet in dem Fall. Aber auch danach irgendwie, also währenddessen danach, da sieht man irgendwie nicht so, wenn man den Spielern in die Augen schaut, dann war es selbst in diesem, ja, speziellen Aufriss, den man da gemacht hat, nicht viel anders als manchmal nach den Spielen. Also die schauen dann nicht so richtig, ich weiß nicht, fokussiert. Da ist keine Schärfe im Blick. Da werden die Sinne nicht richtig geschärft. Zumindest kommt es überhaupt gar nicht rüber. Es war relativ normal. Ja, die haben natürlich mitgemacht, ein bisschen mitgeküpft und geklatscht. Und das war okay. Aber auch danach, also meiner Meinung nach, darf es da ruhig jemanden geben aus der Mannschaft, der da den Vorsprecher macht und vielleicht auch mal aus dem Mannschaftskreis nochmal Schritte nach vorne macht, auf die Leute zugeht, die da sind, um da nochmal eine Beschädigung vielleicht zurückzugeben. Dass man sagt, ja, man erkennt es an, dass die Leute da sind. Es ist gut, dass die Leute da sind. Man kriegt das mit. Man weiß, um was es geht. Ja, wie auch immer das jetzt abgelaufen ist, aber auch für diesen Samstag, für den Moment, dass man sagt, ja, wir wissen, was es geht. Wir sind es auch geil. Wir sind geil drauf, wir sind heiß drauf auf morgen, auf das Spiel. Aber da gibt es einfach niemanden. Also es ist dann irgendwann so, da gibt es eine Ansage, dann gibt es ein, zwei Lieder, Schlachtrufe, wie auch immer. Und dann ist es einfach rum. Das verstehe ich nicht so richtig. Also da fehlt vielleicht auch der Charakter der Mannschaft, da fehlen vielleicht einzelne, spezielle Charaktere, die da so eine Aufgabe übernehmen, die dann vielleicht auch den Moment erkennen, dass es sowas braucht, wenn es sowas schon abgesprochen nicht gibt. Aber dass es da niemanden gibt, dass es da wirklich diesen Austausch gibt, der nicht immer nur in eine Richtung geht, sondern da darf es ruhig auch mal was von der Mannschaft zurückgeben, in der Art und Weise. Das hat es da leider wieder nicht gegeben. Es war nicht ganz so schlimm. Also es war, wie gesagt, es war jetzt nichts Schlimmes passiert oder es war jetzt auch nicht extrem, aber das ist dann schon was, was ich vielleicht auch erwarte oder was man sich erhofft. Einfach dann auch diese Bestätigung, dass da Dinge ankommen und das auch für die Leute, die da sind, nochmal die Leute geil machen, die Leute heiß machen, wenn man da nochmal Worte aus dem Mannschaftskreis hört. Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Und im Endeffekt hat ja, wenn man es jetzt so will, retrospektiv, aber ein bisschen witzig, aber ich hatte schon kein gutes Gefühl nach dem Spiel gegen Düsseldorf, nachdem man da spät verloren hatte. Die Verabschiedung zum Derby, ja, die war drei Wochen vorher und ja, war unglücklich, weil man noch spät verloren hatte, aber wie da die Mannschaft auch vor der Nordtribüne stand, wie kaum jemand mitmacht, mithüpft, wenn man wirklich nur noch 20 Sekunden zumindest ein bisschen mitwippen oder so, das sollte schon drin sein, aber auch da. Und ja, ich weiß, das war hart nach diesem Spielende, aber selbst da merkt man, da wird nach oben geschaut. Das sind ganz, ganz leere Blicke. Da wird kein richtiger einzelner Blickkontakt vielleicht hergestellt, da sieht man keine Schärfe im Blick. Also das ist ja doch was, was man auch mitbekommt, die Körpersprache, wie jemand zurückschaut. Das hat ein bisschen, das fehlt ein bisschen und im Endeffekt hat sich das ja auf das Spiel dann auch drüber gelegt. Also da war ja absolut nichts dann da, also kein Situationsbewusstsein, das ganze Spiel über hat es einfach mit sich geschehen lassen und deswegen auch, ich glaube auch deswegen, weil es auch auf dem Rasen keinerlei Reaktionen gab, egal, mal verbal, mal ein Zeichen setzen, mal in den Infight gehen, ich weiß nicht. Da gab es ja nichts und das ist dann auch das, was es, glaube ich, im Gesamtbild auch so schlimm macht. Ja, die 0-4 ist natürlich auch super schlimm, aber auch, was dann während den 90 Minuten sonst noch passiert ist, nicht nur die Tore. Das ist schon ein brutales Gesamtbild. Jetzt haben wir acht Minuten schon gesprochen und noch keine Sekunde über dieses Spiel, aber wir haben ja schon damit jetzt sehr viele Erklärungsmuster für das Spiel geliefert, so blöd das klingt. Wir können jetzt schon am Tag danach wieder ein bisschen lachen, vielleicht ertragen wir es auch nur mit ein bisschen Ironie und Humor, aber ich glaube auch, wir machen es wie jede Woche und reden einfach nochmal drüber, weil es gab dann doch einige Parallelen zu früheren Spielen, aber man muss schon nochmal die Szenen auch in Gänze und Gesamtheit anschauen und das machen wir, wie ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Der Fürther Flachpass wird Ihnen präsentiert vom Immobilienteam der Sparkasse Fürth. Kaufen, verkaufen, finanzieren, absichern und modernisieren. Alles aus einer Hand. Sparkasse Fürth, Ihr Ansprechpartner in Sachen Immobilien. Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Und damit herzlich willkommen zur 193. Folge des Fürther Flachpass. Auch nach dieser historischen Schmach, nach diesem 0 zu 4 des Kleeblatts gegen den 1. FC Nürnberg, nehmen wir in der gewohnten Besetzung auf, nämlich mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Chris, es ist jetzt Montagmorgen, Montagvormittag. Hast du das, was am Sonntag passiert ist, schon nach einer Nacht Schlaf und nach ein bisschen, oder nach vielen Gesprächen, nach ein bisschen Quatschen, schon irgendwie verarbeitet oder wirkt es immer noch komisch, surreal? Ja, dieser ganze Tag war dann einfach schlimm. Also auch, was vielleicht ansonsten auch im Block passiert ist, so zum Ende des Spiels, nach dem Spiel, war ein ganz gruseliges Gesamtbild. Hat dann, also für mich zumindest im ersten Moment, dann ein bisschen Emotionen rausgenommen, nach dem Spiel, wenn man sich auf andere Dinge konzentrieren musste, kurz noch, aber ich weiß nicht. Also es war ganz, ich finde trotzdem, dass die Stimmung war, oder auch dann vielleicht auch danach, in Gesprächen danach, also nach dem Spiel, außerhalb des Stadions, das konnte halt keiner so wirklich fassen. Und deswegen war auch, also es war jetzt auch, glaube ich, keiner. Ja, okay, man war schon sauer, aber dadurch, dass es einfach so extrem war, also nicht mal komisch, kann man, glaube ich, einfach schlecht damit umgehen und dadurch ist vielleicht auch die Reaktion oder so, die Gefühlswelt, dann ist man einfach leer, glaube ich. Man hat dann trotzdem, also man hat, meine Stille sind volle Emotionen, weil man viele Fragen hat, die man sich nicht erklären kann, aber das, was dann da passiert ist, war schon wirklich so schlimm. Und ich glaube, man muss es auch so ansprechen dürfen, man muss es auch so ansprechen, weil es so extrem ist und weil man das auch so nicht kennt. Also die meisten Leute oder viele jüngere Leute, die kennen so eine Derby-Niederlage nicht. In den letzten 40 Jahren hat es sowas nicht gegeben. Und ja, also was jetzt damit passiert, ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ich glaube, das ist schon gut, dass es dann auch nach dem Spiel mal kracht. Ob es die Mannschaft so lange da bleiben muss, weiß ich nicht. Ich finde, zwei, drei Takte von Vorsänger hätten auch gereicht und dann wieder gehen, weil irgendwie... Das führt ja zu nichts. Man will ja auch dann keinen mehr, also bin ich auch so ehrlich, man will ja auch niemanden mehr sehen. Also dann ist wirklich, dann reicht es und dann kann man für sich noch ein bisschen sauer sein. Aber in dem Moment dann so nahe zu kommen, wenn man sonst wirklich achtmal gebeten werden muss, um näher zu kommen, wenn es irgendwie positiv Aufwunder der Worte fällt auch gibt, dann hat sich für mich erschließt sich dieses Bild dieser Mannschaft manchmal überhaupt nicht. Aber gut, das war jetzt so, wie es war. Vielleicht sagt er manchmal, okay, sonst sei es wieder, die verpissen sich. Kann ich auch verstehen, aber in dem Moment wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man dann nach zwei, drei Takten irgendwie dann einfach in die Kabine geht und es auch dann dieses Spiel dann dabei beruhen lässt, weil danach kommt nichts mehr Gutes zustande. Du hast ja schon gesagt, dass du auch nach dem Spiel mit einigen Leuten gesprochen hast. Ich sehe das so ein bisschen auch gefährliche Tendenzen, dass halt, also ja, es gibt Leute, die sagen, also die sauer waren, aber es gibt auch Menschen, die mittlerweile irgendwie soweit sind zu sagen, ja, ist halt so. Und weil man halt irgendwie auch diese Saison ja schon so einige Enttäuschungen erlebt hat, also ich denke nur an das Braunschweig-Spiel, dass es halt irgendwie auch wenig, sagen wir mal, erfreuliche Momente gibt in diesen letzten Wochen. Also ja, der Saisonstart war gut, vielleicht manches auch übertünscht, das haben wir ja in den Folgen, hört es euch einfach an, ab dem Saisonstart oft genug betont, ich will nicht alles wieder jetzt ausrollen, aber ich fühle mich leider, leider muss ich dazu sagen, wirklich in meiner Skeptis, Skeptik, Skeptik heißt das richtige Wort? Skepsis, ja, siehst du, nicht nur mein Hals macht Probleme an diesem Tag, sondern auch mein Kopf, ich versuche auch noch alles zu verarbeiten und in meiner Skepsis bestätigt am Anfang der Saison und es gibt halt wirklich Menschen, die sagen, sie wollen und können das nicht mehr sehen, Menschen, die seit Jahrzehnten in den Rundhof gehen, Menschen, die alt so alt sind wie ich, so Anfang Mitte 30, Leute Ende 30, also auch Fans, die quasi viel erlebt haben mit diesem Verein, aber auch Menschen schon über 60, die auch irgendwann es nur noch mit Sarkasmus oder mit Ironie ertragen, weil es irgendwie so ein dauerhaftes Enttäuschtwerden ist, also ja, das ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau, weil andere Fans, andere Vereine werden deutlich öfter und deutlich stärker enttäuscht, aber so, auch wenn man das größere Fass aufmachen will, vielleicht sogar, das hatten wir ja auch schon mal, dass viele lächzen ja nach Erfolgen und das heißt vom Verein, der Mann ist doch aufgestiegen in die Bundesliga, aber dieser Aufstieg war ja auch so ein bisschen so ein Surrealer, weil man den irgendwie nicht greifen konnte, weil er halt im Fernsehen passiert ist, wie wenn es eine Netflix-Serie gewesen wäre, eine Saison mit, Punkt, Punkt, Punkt und dann war halt, dieser Aufstieg war da, dann war man in der Bundesliga, dann durfte man rein, mal kurz, so ein paar und dann wieder nicht, also es war ja auch nicht wirklich greifbar, die Bundesliga, es war extrem schwer, man hat vier Punkte bis zur Winterpause geholt, das bringt alles wieder rekapitulieren und dann seitdem, ja, die letzte Saison war dann wieder gut, aber sie hatte ja auch viel zu viele Ausfälle, also Alexander Zornig auf dieses Ausfall-Level, das er minimieren wollte oder dafür sorgen wollte, dass es nicht mehr so schlimme Ausfälle nach unten gibt, mittlerweile sind diese Ausfälle ja fast schon die Regel, also jetzt Braunschweig, jetzt dieses Derby schon wieder, die erste Halbzeit Magdeburg, also es gibt ja mehr Ausfälle als positive Ausschläge nach oben in der Leistung und das führt bei manchen Menschen offenbar dazu, dass sie einfach irgendwann, sie gehen natürlich noch in den Rohnhof, jeder wird weiterhin in den Rohnhof gehen, weil er irgendwie auch sein Herz an diesem Verein verloren hat, ich werde auch weiterhin hingehen, weil das ist mein Job, ich muss darüber berichten, ich sehe auch schon, dass das irgendwie so ein bisschen so Zeitzeugnisse dann sind mit der Zeit und aber, wenn halt so die Liebe so ein bisschen erkaltet, ist natürlich ganz schlecht, also ganz, ganz schlechtes Zeichen, weil Menschen, die für diesen Verein brennen, die sich irgendwie in diesen Verein vermutlich verliebt haben und dann irgendwann wie in der Beziehung nichts mehr spüren, das ist ja die schlimmste Erkenntnis, dann geht man doch hin, weil man halt Pflichtschuldig machen muss, wie wenn man so Pflichtschuldig irgendwas am Leben hält, aber dass da wieder mal Glücksmomente kommen, wirklich Momente des Glücks, deswegen glaube ich auch, wie du vorhin sagst, schönes Wort, retrospektiv, deswegen haben Leute dieses Spiel in Regensburg auch so gefeiert, weil es so ein seltener Moment des Glücks, glaube ich, einfach war, also es wirkt es so, auch so unfassbar irgendwie, also im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar nicht zu fassen, dass man da irgendwie dann mal so vier Tore schießt und mit dem Kleeplan mal wieder was wirklich Schönes, Positives verbindet, was einfach alle in dem Moment glücklich gemacht hat, die da waren, nur leider, wir haben es ja gesagt, man hofft, dass das irgendwie trägt, aber entweder war eine Länderspielpause zu lang dazwischen oder es war halt doch nur ein singuläres Ereignis, also Vagetan Jung hat gesagt, von den vier Spielen nach der Länderspielpause waren zweieinhalb schlecht, jetzt kann man halt sagen, es waren dreieinhalb schlecht von fünf und da ist ja irgendwann dann auch schwierig, wieder, also jetzt muss halt irgendwann mal eine Stimmungsumkehr kommen und ich glaube aber, dass mittlerweile bei vielen Menschen so viel kaputt gegangen ist, auch durch diese Phasen der letzten Saison, durch diese Spiele, also wir müssen das alle wieder aufzählen, da gab es ja auch viele Momente, in denen es einfach unfassbar war, dass es bei manchen Menschen einfach nachhaltig Schaden angerichtet hat und dieses Derby hat tatsächlich, also finde ich, für eine ganze Generation an jungen Menschen und wahrscheinlich auch für den ganzen Verein extrem viel Schaden angerichtet, weil, also das eine ist halt dieses Schmach, das eine ist dieses Verhöhntwerden, das haben Fürth da andersrum ja auch oft genug gemacht bei Derbys, jetzt weiß man, wie sich die Nürnberg aufgefühlt haben, aber so 0-4, also das ist wirklich 0-4 zu Hause. Ich habe übrigens auch, weil diese Frage auch gestellt wurde, mal recherchiert in der sehr lesenswerten Clipboard-Chronik, Grüße an die Macher dieser Clipboard-Chronik, sie ist wirklich grandios, aber weil das Clipboard zuletzt ein Derby so hoch verloren hat, Chris, du hast vorhin schon mal gesagt, 50 Jahre, 40 Jahre, man kann natürlich da dann verschiedene Ansätze finden, man kann Pflichtspiele anschauen oder Privatspiele heißt es da immer, das sind ja dann quasi Testspiele. 1987 gab es ein Freundschaftsspiel im Juli, das ging 0-8 aus, aus vierter Sicht, damals hat aber ein Landesligist gegen einen Bundesligisten gespielt, also auch da gänzlich andere Voraussetzungen. Es gab 1982 nochmal den Portas Cup, auch ein Testspiel in der Sommerpause, da hat man 0-4 verloren, und tatsächlich die letzte hohe Niederlage war am 1970, am 1. März im 200. Derby, da hat er 17. Nürnberg zuletzt 14-0 gegen Spielfahren gewonnen und 1970 bis 2024 ist schon ein bisschen her. Das zeigt nochmal die historische Dimension dieser Schmach, aber wir reden schon über das 4-0 und wenn wir ins Spiel gehen, steht es noch 0-0, Chris, aber es stand ja sehr schnell, wie das klingt, 1-0, sehr schnell 2-0 und es stand tatsächlich nach 18 Minuten wieder 2-0. Diese Frage habe ich Brenner Merigotter nach dem Spiel gestellt, wie es sein kann, dass man schon wieder nach 18 Minuten 2-0 hinten lag und als Antwort kam dann, dass man ja da in Magdeburg zurückgekommen sei. Ja, das war nicht die Erklärung, die ich hören wollte, aber auch das ja mal Einschub, wenn man immer betont, dass man zurückkommt, muss man irgendwann rausgegangen sein. Also wenn ich in mein Wohnzimmer zurückkomme, muss ich vorher irgendwann rausgegangen sein. Wenn man in einem Spiel nie reinfindet oder immer irgendwie rausfliegt aus dem Spiel, um dann wieder zurückzukommen, man kann einfach mal in einem Spiel drin sein, da muss man nicht zurückkommen. Aber das Klipart war nicht drin in diesem Spiel und kam auch nie mehr rein. In der 13. Minute eigentlich ein schöner Angriff vom eigenen Torwerk. Guido Njong, ich habe beobachtet, hat den Ball mit dem Fuß gestoppt, mit einem Abstoß, nicht mit der Hand. Kurz ausgeführter Abstoß, dann auf Sascha Bronsé, da auch schon mutig, wenn man so schlecht im Spiel ist, den Sechser im Druck anzuspielen, aber es hat alles funktioniert. Man hat sich schön kombiniert, dann Verlagerung auf die rechte Seite, auf Simon Aster, der Brandimir Guter einsetzt. Brandimir Guter geht ins Dribbling, aussichtslos ins Dribbling gegen zwei Nürnberger, wo er einfach nicht vorbeikommen kann, weil sie einfach genau wie eine Wand vor ihm stehen. Er rennt in Kastrop rein, ein Konter entsteht, sehr schneller Konter. Der Rest habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, das war direkt vor der Nordtobühne und auch vor dem größten Teil Heimbereich der Gegengerade, weil auf dem rechten Teil, also auf dem südlicheren Teil der Gegengerade waren ja auch sehr viele Klubfans. Ja, Maxi Dietz rückt nicht raus auf Emreli, weil er auch hinter eben Willardsen noch überläuft. Gisselmann ist nicht da in dem Moment, ich weiß nicht, wo er ist, müsste man nochmal die totale Taktik-Camp wahrscheinlich sehen. Ich würde mal tippen, er ist zu weit vorne, weil der Angriff ja vorher war und ist nicht mehr rechtzeitig zurückgekommen, weil er auch in der Geschwindigkeit mittlerweile ein bisschen Nachteile hat. Ja, Dietz entscheidet sich nicht rauszudrücken, sondern ein bisschen zu spekulieren und den Raum auch abzudecken. Emreli sagt sich, Dankeschön, dann nutze ich meine Erfahrung aus Champions League und Europa League und zieht ab und trifft zum 0 zu 1. Und ich hatte da schon ein bisschen Angst, wenn man dann später sagen würde, ja, der Klub ist ja wieder am Sonntagsschritt in Führung gegangen und damit versucht, irgendwas wegzudiskutieren, weil es war halt einfach auch da wieder strukturell, also sowohl offensiv strukturell als auch defensiv strukturell einfach schlecht. Muss man einfach auch, wie du sagst, man muss jetzt an diesem Punkt auch Dinge mal ganz klar ansprechen. Es ist die Zeit für klare Worte und die finden wir jetzt auch in diesem Podcast, weil, also ja, das war ein sehr schöner Schuss, es war ein Sonntagsschuss am Sonntag, aber auch da wieder strukturell verteidigen wollen, Gier verteidigen, Verteidigung ist ein Monster sein, das eigene Tor mit aller Wucht und allem Willen verteidigen zu wollen, hat man halt einfach nicht gesehen und dass dann noch ein schöner Schuss ist, okay, aber es lag nicht nur an dem schönen Schuss, dass der Klub in Führung gegangen ist. Dann springe ich direkt weiter, wenn du nichts einwenden willst, kriegst 16 Minuten, geht und sitzt verletzt am Boden, auch da schon der nächste Rückschlag, muss dann behandelt werden, das Kleblatt stellt um, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe da nochmal alles in Taktik-Camps angeschaut, dafür war mir dieses Spiel auch zu ernüchternd, aber stellt um, zumindest ist Massimo dann vom Sturm nach hinten gerückt, wir haben es ja gar nicht erwähnt gehabt, aber wir müssen ja auch über die Aufstellung sprechen, Massimo war im Sturm, statt Sabini, Massimo ist nach hinten, Gieselmann, der der Außenverteidiger war, ist nach innen gerückt, ja, Unterzahl, ja, ja, nochmal, es war Unterzahl, aber trotzdem, auch so darf man einfach nicht verhandeln, äh, verhandeln, verhandeln auch, nicht, aber auch nicht verteidigen, ähm, man hat gar keinen Zugriff, der Klub verlagert das Spiel, weil man keinen Zugriff hat, von der rechten Nürnberger Seite auf die linke Nürnberger Seite, da steht Suárez, Asta ist viel zu weit weg von Suárez, weil er sich vorher wie die gesamte Vierterkette nach links orientiert, kommt dann auch nicht mehr rein, Suárez spielt den Ball in die Mitte und dann ist eigentlich Mayhöfer im Ball, zum Zeitpunkt des Abspiels, ist Mayhöfer näher zum Ball und Simas läuft halt einfach im Vollsprit den Ball entgegen, läuft an Mayhöfer vorbei, dass er seinen Körper nicht reinsteht, einfach gar nichts macht in dem Moment und Simas macht den rein und er steht 2-0 nach 18 Minuten und dann war es eigentlich vorbei, ne? Ja, dann gab es noch einen Verliererkreisel und dann war es eigentlich vorbei, also... Verliererkreisel, dürfen wir nicht so schon nennen. Ja, schon, also wenn ich den sehe, reicht es mir eigentlich immer schon, weil dann das ist immer schon, das ist dann das letzte Eingeständnis davon, dass es so nett geht an dem Tag. Auch da, da kommt ja auch wenig Aura da raus, also ich habe jetzt da nicht das Gefühl, dass es da die krassen Ansagen gibt, dann muss man vielleicht auch ein bisschen körperlicher reagieren, ich weiß nicht, also kennt ja diese, in anderen Sportarten die ZNS-Aktivierung, vielleicht auch ein bisschen bekannt von Olympia, Judo, wieder manche Judo... Schellen verteilen, meinst du? Ne, aber man kann ja auch Leuten auf die Schulter, Trapez da so drauf, ordentlich drauf klopfen, das bringt ja eine ZNS-Aktivierung, also das bringt ja wirklich was, ist vielleicht besser, als irgendwie so dreihalbgare Worte da auszutauschen, ohne jegliche Aura zu versprühen und da sieht man ja auch, okay, da kommt man halt zusammen und dann ist es eigentlich das Letzte, ja, damit wird eigentlich wirklich festgesetzt, okay, heute ist wieder mal ein Scheißtag, aber das ist jetzt irgendwie halt jedes zweite Spiel so und dann, oder jedes Spiel, wirklich wieder nach 18 Minuten und das nach der Länderspielpause, also da hat es mir eigentlich schon gereicht, also sobald ich, als ich den Kreise gesehen habe, dann nach 19 Minuten, 18 Minuten, da war es für mich eigentlich Tavar's Aura, ähm, ja, ich, der gefällt mir auch nicht, also den kann man auch abschaffen, ich finde, da sollte jeder auch so viel Bewusstsein haben, das selber mitzubekommen und das hat auch gar, ich finde, das hat auch gar keine Aura auf den Gegner, er hatte mal, also, wenn man die, auch da, wenn wir schon heute bei Historie sind, ich habe überlegt, und tatsächlich, es gab damals eine PK, als es klippert als Tabellenzweiter, ja, okay, es ist passiert, es ist auch im Jahr 2024 passiert, als Tabellenzweiter zum 1. FC St. Pauli zum Tabellenführer gefahren ist und hat Alexander Zorniger in der PK gelobt, dass das eine der auffälligsten und besten Dinge im FC St. Pauli ist, wie man mit Rückschlägen umgeht, dass man auch nach Gegentoren zusammenkommt und das aufarbeitet und sich dann wieder bewusst wird und was anderes macht. Und das klippert ja, nachdem er sehr schnell 2-0 hinten lag auf St. Pauli, auch einen Kreis gebildet und ist in dem Spiel auch zurückgekommen. Und da hatte der vielleicht auch noch eine gewisse Aura, es sah sehr bemüht aus, weil man es genau gemacht hat, nachdem der Coach vorhin den Gegner gelobt hatte, dass er das macht, aber mittlerweile ist er ja wirklich ein Ritual, wenn es scheiße läuft, macht man den Kreis und manchmal wird es besser wie nach Magdeburg und meistens wird es aber auch nochmal besser danach. Und in diesem Spiel... Bei Magdeburg auch, so viel besser wurde es danach ja auch. Es wurde nach den Wechseln besser eigentlich erst. Ja, das gehört ja auch dazu, also wenn die dann aus 3-0 machen, das ist auch vorbei. Also ja, ja, sowas kann man machen, aber das zeugt das nicht von Resilienz, wenn ich es jede zweite Woche brauche, weil dann habe ich ganz andere Probleme als irgendwie in 18 Minuten einen Kreis bilden zu müssen. Also da sollte auch jeder soweit auch für sich als Sportler das realisieren, aber das war ja auch sowas. Also dieses Situationsbewusstsein an diesem Tag ging ja allen völlig ab. Da geht es ja dann eben darum, auch mal für mich zu realisieren, auch vielleicht ohne einen Einfluss von außen. Okay, was geht denn hier überhaupt ab? Was muss ich jetzt machen? Was braucht es jetzt vielleicht, um dieses Momentum dann auch kippen zu lassen? Aber man hat sich ja körperlich null gewährt, also wirklich überhaupt nicht. Es gab keine, und ja, man muss keinen Spieler verletzen, aber es gab keine State mit Grätsch. Man hat sich nicht mal mit jemandem angelegt, mal jemanden weggeschubst, mal das Stadion mit irgendwie mit reingenommen. Spätestens nach dem 3 zu 0 muss ich halt mal das Zwiegespräch mit dem Zimas oder so suchen nach dem Jubel vor der Nordtribüne. Da guckt ja jeder nur auf blöd. Okay, Simon Aster ärgert sich in sich rein, schreit sich selber an, aber da muss ich halt auch mal so vielleicht ein Zeichen setzen. Zumindest versuchen, irgendwie irgendwen mitzunehmen, mich selber mitzunehmen, mit dem Rest der Mannschaft, die Leute, aber sich so kampflos zu ergeben und dann auch über 90 Minuten, zeigt, dass da irgendwie gar keiner irgendwie auf irgendeine Art und Weise da war. Und man hat es halt geschehen lassen, das ist ja eigentlich das Schlimmste. Ja, Und es ist zum wiederholten Male ja auch passiert, dass man es geschehen hat lassen. Also ja, diese Widerstandskraft gab es und die war auch immer wieder zu sehen, aber man hat schon auch sehr oft sich einfach ergeben. Und natürlich ist es irgendwann auch für den Kopf nicht einfach. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast nochmal die erste halbe Stunde des Spiels angeschaut. Nein, macht es nicht, es war nicht schön, aber alles für die Qualität. Und da hat der Kommentator auch gesagt, das ist irgendwann jetzt auch eine Sache zwischen den Ohren. Und wenn du halt das einmal hast in einem Spiel, okay, aber jetzt halt es ständig zu haben und ständig diese Aussätze zu haben, ständig viele Gegentore zu kassieren, das ist ja das nächste, wo wir auch noch sprechen müssen, dann ist es irgendwann halt einfach ein so krass psychologisches Ding. Und mir fehlt da der Glaube, dass man das einfach mit einem Sieg, weil da kommt ja auch, da müssen wir wieder Glücksmomente haben, müssen wir wieder Punkte einholen, aber ein Sieg, ich weiß nicht, ob das halt dann noch funktioniert, weil diese Mannschaft, wie sie jetzt neu zusammengestellt ist, hat halt am Anfang glücklich dann auch die Punkte geholt und auch die Punkte waren wirklich gut, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, aber jetzt diese letzten, also quasi seit diesem Glückserlebnis von Regensburg, gibt es ja gar kein Glückserlebnis mehr, außer halt, dass man den Magdeburg das noch aufgeholt hat. Aber ansonsten, auch das Heimspiel gegen Elversberg, 0-0, ja, klingt schmeichelhaft, aber das war ja eigentlich auch eine gefühlte Niederlage. Also man hat einen Punkt dafür bekommen, wichtig, aber ansonsten, das kann schon auch jetzt mittlerweile dann langsam, ich habe auch danach gefragt in der PK, langsam auch schon mehr Schaden anrichten. Also dieses 0-4 nochmal so, als richtigen Nackenschlag nochmal rein, nachdem er davor aber schon drei Schellen kassiert hat. Also, puh, aber du bist schon beim 3-0 von Ziemers, Chris. 3-0 stand es fast schon in der 30. nur unter den Sacha Bonset, der in dem Spiel, ja, leider auch extrem schwach war, muss man sagen. Vielleicht dann auch doch zu viel, diese ständige Reißerei und auch angeschlagen zu sein und so. Also das hat man schon auch gemerkt, er hat, fand ich, habe ich auch in der Altsukritik geschrieben, es klebt, hat bislang immer besser gemacht, in dem Spiel hat er es auf keinen Fall besser gemacht, sondern tendenziell eher noch schlechter gemacht. Hat Noll ja dann, auch der ärmste Mann auf dem Platz, dann war noch gut gehalten gegen Ziemers, der dann auch wieder alleine aufs Tor zulaufen durfte. Er hätte fast da schon 3-0 gestanden. Kurz darauf hatte Bonset wieder einen komischen Ballverlust, dann ein paar Sequenzen später hat Thuling Green im Mittelfeld den entscheidenden Zweikampf verloren. Ja, und dann spielt Jander, der wirklich extrem gut war in dem Spiel, auf Justwan. Und was der Niko Gieselmann in der Situation macht, mit all seiner Erfahrung, wir haben die Erfahrung letzte Woche noch hervorgehoben, ich fühle mich ja schon schlecht, dass wir offenbar so gar keine Ahnung haben, aber wir haben Niko Gieselmanns Derby-Erfahrung hervorgehoben, wir haben seine Erfahrung auf hohem Niveau hervorgehoben. Ich musste vorhin auch an den Denken dazu gesagt, dass die Spieler, die vielleicht umreißen, worum es in so einem Derby geht, ist für mich eigentlich auch Niko Gieselmann. Aber irgendwie diese Rolle als Führungsspieler, die ihm zugedachte Rolle als Führungsspieler, hat er halt in diesen drei Spielen ausgefüllt, da war ja dieses Derby in Nürnberg. Da hat er wirklich, da war er einfach, dieser Mannschaft ein Anführer. Und jetzt in diesem Spiel war es dann einfach nett. Er ist mit untergegangen und dieses Zweikampfverhalten in dem Moment, ich weiß nicht, was er macht. Also mit der Erfahrung und ja, Justwan hat auch Erfahrung, aber das sieht einfach so bescheuert aus, wie da verteidigt wird und das bestätigt halt wieder dieses Bild dieser Mannschaft, wie sie verteidigt und das bestätigt auch unsere Einschätzung der letzten Wochen, dass diese Mannschaft einfach nicht verteidigen kann. Das ist schlimm. Also er lässt ihn einfach vorbeigehen, lässt ihn schießen. Noll kommt eigentlich noch gut hin, werdet ihn dann ein bisschen zu zentral ab. Ich würde da jetzt aber nicht unbedingt viel Schuld geben. Also er hält den Ball ja und dann Marco Maiofer steht näher zum Ball, er kann den Ball einfach zur Ecke oder zur Eckfahne oder wo auch immer hin rausdreschen und er schläft einfach und lässt sie mal seinen Ball über die Linie drücken. Und das muss man auch bei Marco Maiofer sagen, auch oft gelobt in diesem Podcast, aber boah, also dieses Abwehrverhalten bei zwei Gegenden von Marco Maiofer, es war einfach inakzeptabel. Und da muss man einfach auch sagen, nach Genügens Auswechslung, die war ja kurz davor, hatte man halt eine Dreierkette, in der kein einziger gelernter Innenverteidiger stand. Und ich finde, das sieht man halt einfach auch. Da hat einfach, ja, Maxi Dietz war die Mitte, kann man jetzt sagen, er ist gelernter Innenverteidiger, aber eigentlich ist er ein Sechser. Er macht das ja stellenweise gut mit dem Ball, aber im Verteidigen habe ich vorhin schon gesagt, da hat Nico Giesmann gespielt, der Linksverteidiger ist. Und, ja, wenn man halt keine gelernten Innenverteidiger hat, dann sieht es dann einfach so aus, wie es aussieht. Oder bin ich da jetzt wieder zu pessimistisch? Ja, Gideon Junge müsste ja auch gelerter Sechser sein, sogar vom HSV. Ja, er war da länger Sechser als Innenverteidiger. Bundesliga, genau, angefangen. Aber der war ja schon weg bei dem Tor. Ja, schon ausgewechselt. Da geht es auch allgemein vielleicht darum, diese Thematik, dass man da eigentlich mittlerweile gar keinen mehr hat. Ja, Michalski ist der Sechser, äh, der Innenverteidiger, und der wurde aber als Sechser eingewechselt später. Ja. Ja, gut, da war es dann eh schon vorbei. Da war es, glaube ich, das war dann auch noch egal. Ich glaube, da wollte man einfach nicht noch mehr umstellen wieder. Ja, und nicht Renu Münz die Blamage ersparen, dann da noch rein zu müssen in so ein Spiel, glaube ich. Ja, das brauchst du ja auch nicht. Also, ich, ja, man hätte ja auch noch in dieser ersten Halbzeit noch mehr Tore kassieren können, auch danach war der Klub noch durch. Es gab dieses Abseits-Tor, bei dem Nahuel Noll nicht gut ausschaut. Also, ja, das Spiel hat er an sich gut gestaltet, aber da auch, also, wenn, Zimas, ich glaube, Zimas war da die Tiefe, ist in die Tiefe gestartet. Ja, für die ganze Zeit. Also, aus Stürmer sich ein richtig gutes Spiel von ihm. Das muss man auch verstehen. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, Tiefe verteidigen und so, war das ja schon mal, war das irgendwann schon mal Thema, vielleicht. Ich glaube, das war mal Folgentitel, kann das sein. Wenn er, vielleicht der letzten Folgentitel, ich weiß es nicht. Aber, vielleicht, wenn es einfach darum geht, wenn er da einen halben Schritt weiter zu seiner Linie steht, dann steht, also, schießt er noch mehr Tore. Das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber auch da, ja, also, es war für alle ein gebrauchter Tag. Es ist einfach unerklärlich, also, wie man immer wieder zu verteidigen kann, wie es, es ging ja auch, wie gesagt, schon drum, schon vor dem 0-1, das war dann, glaube ich, der dritte Konter, der auf dich zurollt und stehst da irgendwie auf der Tribüne und denkst, was ist denn hier los? Es wird nicht mehr verteidigt. Zweikampfquote über das ganze Spiel, also, schlimm, sehr schlimm. Also, es gibt ja mal phasenweise Dinger, dass man da mal wenig Zweikämpfe gewinnt, aber ein Drittel der Zweikämpfe nur zu gewinnen. 33 Prozent, also, und vielen auch aus dem Weg zu gehen, das ging ja auch noch dazu. Man hat nicht alle geführt. Ja, also, auch vielen aus dem Weg zu gehen und ja, dann noch mal in so einem Spiel, wo ich dann auch manchmal jemanden einfach umhauen muss, wenn gar nichts geht, das ist, ähm, ich, ja, weiß halt überhaupt nicht, wo das herkommt und dass da jeder seine Federn einzieht, ist wirklich hart. also, gerade, weil man ja auch verschiedene erfahrene Spiele hat. Julian Green hat, Brandy McGrath, der aber seit Wochen, glaube ich, auch mit der Situation und auch überfordert ist irgendwann, ja, den man aber auch trotzdem nicht rauslassen kann als Kapitän der Mannschaft. Ich glaube, ja, bei Nico Giesemann, er spielt halt dann zu, auch vielleicht manchmal zu wenig, um dann dieser Führungsspieler, dieser Mannschaft zu sein, weil er dann noch nicht so ein Kaderspieler ist wie vielleicht Enrico Valentini, bei dem man sagt, okay, Teilzeit kannst du an der Pizzerie arbeiten, ansonsten bist du noch ein bisschen für gute Stimmung da und halt eben, um mal im Derby von der Bank einfach noch wirklich der zwölfte Mann zu sein. Das war ja auch ein eindrückliches Zeichen. Das hat Alexander Zorniger schon mal gelobt in früheren, ich würde fast schon sagen Jahren, dass die Bank dabei war, dass die Bank mitgefeiert hat und das war für mich, also dieser Wille beim Klub, dieses Spiel zu gewinnen, der Kollege Fadig Eblavi hat es in seinem großen Text in den Zeitungen und auf den Ende auch geschrieben, diese Szene, dass Emreli einfach einen Einwurf von der Trainerbank einfach feiert, weil er diesen Einwurf für seine Mannschaft geholt hat. Wie diese Bank, wie Martenia und Valentini, da das ganze Spiel standen, wie sie gefeiert haben und auf der vierten Bank war nichts. Also Patrick Rutte, der Physio, war noch der Emotionalste, einmal Geld bekommen, weil er Nürnberger beschimpft hat, aber ansonsten von Spielerseite war da einfach gar nichts. Und ja, ich weiß nicht, ob das auch noch überraschend ist, also natürlich, das ist eine andere Historie dann dahinter, bei Valentini und auch bei Martina, die haben in diesem Verein schon so viel erlebt. Und auch im Gastkader auch die Nachwuchsspieler, das ist dann schon einmal eine andere Verbindung oder auch Leute, die da Sachen erzählt bekommen oder die halt in der Jugend, diese Spiele spielen, die das in der Schule mitbekommen, das ist ja in Fürth, jetzt im Profikader jetzt eher weniger gegeben. Ja, vor allem, weil ja die beiden Spieler, die quasi aus der Viert der Jugend stammen, da gar nicht gespielt haben oder auch nicht im Kader waren. Also Philipp Müller war krank, Dennis Pafferoth war auch nicht im Kader, hat am Freitag bei der U23 gespielt, in Klammern da auch in Tork schossen, es ging 3 zu 3 nach 3-0-Führung für Sklippert aus, Punkt. Aber das ist natürlich auch ein Unterschied, also das muss man vielleicht nochmal in einer anderen Folge beleuchten, aber Sklippert hat halt nur zwei Eigengewächse im Kader, zumindest im Profikader, einer davon hat am Anfang das Saison gespielt, der andere spielt keine Rolle. Ja, auch das ist ein Thema, aber es ist kein Thema nach einem 0-4 im Derby, aber man hat es in diesem Spiel einfach gesehen, die Nürnberger Mannschaft hat mehr gelebt und das ist halt andersrum dann zu sehen, dass diese Viertermannschaft so gar nicht lebt, wenn man jetzt dann im Abstiegskampf auch angekommen ist, boah, das ist ein schwieriges Zeichen. Also bei anderen Mannschaften, die da unten drin stecken, ja, hier in Regensburg lebt, glaube ich, auch nicht mehr so viel, aber auch Preußen-Münster, ich glaube, die leben noch mehr als die Spielvereinigung. Und das ist dann schon, also ja, wenn es wieder Einwände kommen, man hat es auch in Magdeburg gesehen, dass die Mannschaft lebt, aber dafür war es halt auch schon mal kurz mal nett lebendig, also sorry für die harte Formulierung, aber da hat sie ja auch geschlafen in Magdeburg und also dieses Spiel war in so vieler Hinsicht desillusionierend, aber das ist für mich fast die schlimmste Erkenntnis, dass diese Mannschaft sich einfach gar nicht gewehrt hat dagegen. Und du hast gerade gesagt, die erste Halbzeit, aber ja auch in der zweiten Halbzeit, es gab einen Doppelwechsel zur Pause, Konzbruch für Gieselmann und Itter für Bronsé, dann gab es einen Schuss von Germain Konzbruch, der war auch, ja, schon deutlich drüber ging und dann gab es einen Moment, der rückblickend retrospektiv nochmal so einer hätte sein können, an dem das Spiel eine andere Wendung nimmt. Dennis Sabini hat einen freien Abschluss, er wurde ja eingewechselt für Gied und Jung schon Mitte der ersten Halbzeit, einen freien Abschluss und den muss man halt dann einfach auch mal machen als Stürmer, der 16 Tore schon geschossen hat in meiner zweiten Liga, der Premier League gespielt. In diesem Spiel, wenn du drei nach hinten liegst, das ist der Moment, in dem du zurückkommen kannst in dieses Spiel. Und der Abschluss ist halt einfach nicht gut genug und Jan Reichert hatte keine größeren Probleme, ihn zu halten. Also es sah im ersten Moment vielleicht aus, dass er den super gehalten hat, aber es war einfach auch kein guter Abschluss und dann ist der Quill auch gar nichts mehr passiert. Also das war das einzige Aufbäumen und auch deshalb hat Brianne Mergot dahinter gesagt, das war dann einfach auch zu wenig Aufbäumen. Also schlimm genug, dass es so ist, aber ja. Die anderen Chancen waren ja auf der anderen Seite. Ja, es hätte noch höher ausgehen können. Wenn Just war, den Ball noch reingelegt hätte, dann weiß ich auch nicht. Also es hätte mal wirklich das Spiel irgendwie abbrechen müssen oder so. Dann wäre alles zusammengegangen. Schleimer hat ja auch noch einen vergeben, ganz komisch. Ja, bei Konzbuch, das war ja das, als sich Konzbuch verletzt hat. Also er hat ja mit vollem Körper eins, das Schleimer in Konzbuch fand ich tatsächlich dann erfrischt nach der Einwechslung. Ich finde, er hat seinen positiven Trend, die positiven Ansätze da weiter fortgeführt, war ja auch im Spiel gegen 60 eigentlich für mich der Einzige von dieser 1b11, der da irgendwie Ansätze gezeigt hat, dass er spielen will. Und ich fand, das war auch okay von ihm, was er da gemacht hat, war alles im Rahmen. Dann noch diese Rettungstat, also er hat mal auch gemerkt, dass er sich dagegen stemmen will. Du kannst einfach sagen, okay, wir andere, lass es geschehen. Er hat sich gestemmt, hat sich dabei aber anscheinend schlimmer verletzt. Das war jetzt auch kein Thema in der PK nach dem Spiel, weil es größere Themen gab, aber es sah nicht gut aus nach dem Spiel. Also er musste von zwei Leuten gestützt vom Platz gebracht werden. Er konnte nicht alleine vom Platz gehen. Natürlich dann auch mit einer Einzige, quasi wirklich Wechseloption von der Bank, die dir irgendwas Offensives bringt, der sich auch noch verletzt hat jetzt. Puh, das ist auch schwierig. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu schlimm ist. Er hat ja schon mal auch in Mainz beim Pokalspiel ganz schlimm ausgesehen und kurz darauf wieder gespielt. Aber ich würde jetzt mal nicht darauf tippen, dass er auf Schalke in der Startelf steht. Also dafür sah die Verletzung ja doch zu schlimm aus. Ja, und dann fiel das 4-0 noch. Ich glaube, das muss man gar nicht mehr beschreiben. Also dass dann ein Noll den Ball sogar noch hält und man dann den Abpraller noch über Linie drücken lässt. Ja, es hat zum Spiel gepasst, aber ich glaube, wir müssen noch mehr dazu analysieren. Das war einfach noch die berühmte Kirsche auf der versauten für der Torte. 4-0 und danach ist ja auch nichts mehr passiert. Hat alles weiter noch geschehen lassen und ich habe mich geärgert, dass es 4 Minuten Nachspielzeit gab. Ich wollte einfach das nicht mehr sehen. Es war schlimm genug. Ja, wenn wir in diesem Podcast über die Expected Goals sprechen, bei Fortmob, die Opta-Daten, da sieht es gar nicht so schlimm aus, finde ich. Das sieht aus für der Offensivversicht schlimm aus, denn 0,4 in einem Halbenspiel-Derby ist das nicht viel und beim Klub steht da 2,02. Es gibt, das haben wir schon mal letztes Mal besprochen oder vorletztes Mal verschiedene Datenanbieter. Bei den offiziellen Bundesliga-Statistiken ist es 0,53 zu 3,38. Also da ist ein extremer Sprung drin, wie der erklärbar ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall wieder eindeutig, man hat auch wieder zwei Expected Goals ergänzt zugelassen. Man hat diesmal vier kassiert. Ja, das bestätigt leider alles, was ich gesagt habe in den letzten Wochen, Chris. Ich habe es in der PK ja angesprochen, ich wurde dafür, weiß nicht, ob angefallen der richtige Begriff ist, aber es wurde zumindest versucht wegzureden, dass man die Tore ja nicht kassiert habe. Jetzt aber muss man halt sagen, in den letzten vier Spielen hat man immer zwei Gegentore kassiert und man hat sie auch immer zugelassen. Also insofern, die von mir erwähnte Regression zur Mitte, das soll jetzt alles bitte nicht falsch verstehen, das soll nicht neunmal klug und besserwässerisch klingen, aber ich habe meine Sorgen hier geäußert, die Sorgen wurden nicht von allen ernst genommen. Jetzt haben sich die Sorgen bestätigt und wir haben es ja schon oft genug angesprochen, wir müssen nicht nochmal über Verteidigung reden, sondern die Zahlen sind eindeutig. Und wenn man halt jedes Spiel zwei Gegentore zulässt und dann auch damit letztes Mal Wiederholung von früheren Folgen, aber auch kaum mehr welche schießt, dann wird es halt schwierig, denn von den 13 Toren, die man hat, hat man sieben in zwei Spielen geschlossen gegen Platz 17 und Platz 18. Und ansonsten geht ja offensiv auch nicht mehr viel, weil sie in diesem Spiel ja auch alle Stürmer, ich weiß nicht, ob wir noch über eine Maniamotica sprechen müssen, ich habe einfach nur in meiner Einskritik geschrieben, dass er auch im fünften Spiel überhaupt keinen einzigen Ansatz gezeigt hat, die Mannschaft in irgendeiner Form besser zu machen und das ist ja auch dann schlimm. Also wenn du halt die Minuten immer wieder bekommst, teilweise ja auch mehr Minuten bekommst, es war knapp eine halbe Stunde in diesem Spiel und so gar keinen Ansatz zeigst, ja, es ist schwierig dann als junger Spieler, der neu dabei ist, in der Mannschaft, die untergeht, irgendwie rauszuragen, aber dann, wir haben es auch schon besprochen, zehn Sekunden liegen zu bleiben, wenn jemand im eigenen Angriff ist und gar nichts dabei zu haben. Dieser eine Pass aus dem Rückraum genau zum Gegner ans Sechzehner, ich weiß nicht, also das war alles so ernüchternd und also Roberto Massimo war ja anfangs im Sturm, gar nichts, die für die Dribblingquote war glaube ich bei zwölf Prozent oder so gewonnen der Dribblings, ich hatte es irgendwo mal gespeichert, ist ja auch egal, sie war auf jeden Fall ganz knapp vor der Einstelligkeit, ja, Noel Furt-Koi leider auch wieder, dieser eine Kopfball, den hält auch jeder Torwart, ansonsten auch sehr blass, Dennis Ebeney muss man auch sagen, blass, der eine Schuss aus 16 Metern, gefühlt drei oder vier Meter drüber, Mustafa gar nicht fit, Pop und Fafrot haben jetzt bei der U23 beide ein Tor geschossen, aber in diesem Testspiel gegen 60 auch beide eindrücklich bewiesen, dass sie sehr weit weg von der zweiten Liga sind, finde ich, das ist dann schon schwierig und dann der Kapitän, der einem regelmäßig zweistellig, zweistellig Anzahl an Toren garantiert, hat auch nicht funktioniert, ja, dann wird es halt irgendwann eng, und damit Michalski spielt nicht mehr, der ab und zu mal noch Tore gemacht hat, ja, dann fehlt mir langsam so der Spieler, der dann noch Tore schießen kann, das ist ja das Nächste, also wir reden viel über Defensive, aber offensiv fehlt es ja genauso. Und dann, weitere, weil wir bekannt sind für Statistiken, habe ich mal die Formtabelle angeschaut, Chris, denn die Formtabelle ist ja, man kann seit diesem Regensburg hoch die Formtabelle anschauen, also einfach nach dieser Länderspielpause Anfang September, das Kleber steht auf, da-düm, 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 Chris, die Antwort ist, Platz? 17. Platz 17, mit 3 zu 10 Toren und 2 Punkten in der Formtabelle der letzten 5 Spiele, schlechter ist nur der SSV Jan Regensburg mit 0 zu 14 Toren und 0 Punkten, ja, das ist auch eine sehr erbauende Statistik, aber man ist besser als Jan Regensburg immerhin, der seit, glaube ich, dem dritten Spieltag kein Tor mehr geschossen hat und 14 Gegentore kassiert haben in den letzten 5 Spielen, glaube ich, kein Grund stolz zu sein und besser als das Kleber auf Platz 16 ist, da-düm, 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 der FC Schalke, der kommende Gegner, der 4 Punkte geholt hat aus 5 Spielen und 7 zu 11 Tore hat, ja, und jetzt spielt das Kleber in den nächsten beiden Spielen gegen den FC Schalke und Jan Regensburg beide Male auswärts, da-düm, da-düm, dein Take, Chris, zu den nächsten beiden Spielen. Also allein jetzt schon das Ganze, ach, es hätte so eine schöne Geschichte werden können, Derbysieger Express nach Schalke fahren, über 1000 Vierter kommen ja mit, das wurde auch vor dem Spiel nochmal thematisiert und jetzt mit der Stimmung mit 1000 Viertern nach Schalke zu fahren, naja, also es wird eine lange Fahrt und man kann sich bestimmt trotzdem, die wird, ich glaube, die Fahrt wird trotzdem schön für alle, die da mitkommen und auch sonst, 1000 Leute auf Schalke ist ja trotzdem was mit, vielleicht kann man da ein bisschen was für sich anfangen, bei denen geht es allerdings auch darum, dass der Trainer sein Heimdebüt hat, also. Nachdem das Auswärtsdebüt gründlich misslungen ist. Da ist auch nochmal dunkle Magie mit im Spiel, ich glaube, die waren schon auch, ja, das Auswärtsdebüt war auch grottenschlecht, also, da wird man vielleicht auch schauen, wenn man da wieder früh ein Gegentor kassiert, ich glaube, da überrollt ich die Arena einfach und die haben schon auch die Leute, die die Tore schießen können, auch wenn jetzt Karaman ausfällt. Karaman gelb gesperrt, ja. Genau, aber Silla oder so, ja, ich weiß nicht, Tupi Moore, wenn er nicht wieder so einen Aussetzer hat auf der anderen Seite, weil er doch noch ein bisschen weiß-grünes Blut in seinen Adern hat, dann schießt er schon auch manchmal Tore und auch ansonsten ist die individuelle Qualität schon ganz gut. Bei denen ist halt nur so die einzige Hoffnung, dass sie ja auch nicht verteidigen können, also so gar nicht, von daher, ja. Aber 0,4 Expected Goals habe ich da nur im letzten Spiel. Der Klub kann ja eigentlich auch nicht verteidigen, also das gehört ja auch dazu. Ja, das ist ja das ganz Traurige noch, also wenn man sich diesen ersten FC Nürnberg in dieser Saison angeschaut hat bis jetzt, auch in die Spiele, die sie gewonnen haben, also Ulm oder Münster, das war ja trotzdem schlecht und das ist ja das nach traurigere Erkenntnis, dass man gegen den Tabellenführer ersten FCN verloren hat. Es sah aus wie Prime Barcelona in diesem Spiel. Gegen einen ersten FCN, die vor Münster schon gefühlt vor der Trainerentlassung standen. dann tut es auch noch mal noch mehr weh. Jetzt auf Schalke, also man muss schauen, dass man irgendwie vielleicht die Leistung von vor etwas weniger als einem Jahr abrufen kann, weil die war gut. Die war leider auch Schalkes Leistung relativ gut. Kekö hatte da seinen Durchbruch, glaube ich. Das war sein erstes Spiel in der Startelf damals. Ja, das war auch wieder die... Das war ein ausgerechnet langerste Geschichte. Das habe ich aber schon gewusst, als ich die Startelf gesehen habe. auch wenn ich die erst sehr spät gesehen habe, weil da Anreiseprobleme gab. Aber ansonsten muss man irgendwie schauen, man muss jetzt... Also jetzt, das ist wirklich der Test, ob man irgendwie dagegen halten kann. Man hat jetzt keine Pause mehr. Das geht jetzt einfach weiter. Man hat dann vielleicht die Chance, irgendwie schnell noch was umzubiegen. Aber wenn man da auch so verteidigt, dann gehst du unter und dann musst du mit dem Gefühl am Dienstag drauf drei Tage drauf nach Regensburg fahren, die natürlich eine beschisse Saison spielen, aber die sagen sich, ey, wir spielen im Pokal. Samstagabend daheim, da ist dunkel, da kommen vielleicht ein paar Leute. Dienstagabend, ja. Wenn das jemand am Samstag nach Regensburg fährt. Nee, Dienstagabend daheim. Die sagen sich natürlich auch, okay, scheiße Gas in der Liga passiert, das ist ein anderer Wettbewerb, vielleicht geht noch mal was. Und wenn die dann ein Tor mal schießen, dann, ja, da ist natürlich auch die Fallhöhe relativ groß nach dem letzten Spiel in Regensburg. Das kann auch noch mal so eine blöde Geschichte werden, wenn es ganz doof kommt. Ja, und man hat ja die erste Halbzeit auch nicht vergessen in Regensburg. Also eine bessere Mannschaft schießt da zwei Tore. Ja, das gehört leider auch dazu. Ich glaube, das haben wir schon mal gesagt in diesem Podcast, dass da eine bessere Mannschaft Tore schießt, wenn sie diese Chancen bekommt. Ja, wenn es die ganze Mannschaft noch kommt. Aber Robert Glatzl ist verletzt und anscheinend, ja, weiß ich nicht, was beim HSV jetzt passiert. Die haben trotzdem gewonnen. 3-1 gegen Magdeburg trotzdem gewonnen, gegen den Tabellenviertel. Ja, gut. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, also das ist jetzt, also jetzt gilt's. Da zeigt sich dann auch endgültig der Charakter. Ich finde, der zeigt sich schon immer mal wieder dieser Mannschaft. Trotzdem immer wieder. Ich habe schon länger, immer mal wieder meine Bedenken geäußert. so richtig ausgeräumt werden die langfristig leider noch nicht. Und, aber da, da gilt's dann. Weil sonst, dann ist die Stimmung, dann ist halt vorbei. Also, Schalke und Pokal muss mindestens neutral gestaltet werden, mit vielleicht unentschieden und Sieg. Alles andere, ja, alles andere geht nicht. Ja, vor allem, also tatsächlich, dieses Pokalspiel, muss man ja auch sagen, ist es trotzdem mit das leichteste Los, das man haben kann. Also man könnte auch in der Bundesliga in Dortmund spielen oder bei Dynamo mit der Wucht, die dich überrollt. Die Form von Jan Regensburg, würde ich mal sagen, ist ja die eines Drittligisten. Und es gibt noch zwei andere Drittligisten in diesem, in der zweiten Runde nur noch. Gibt, glaube ich, ja keinen Viertligisten, oder wenn ich es richtig im Kopf habe. Also tatsächlich, es ist eines der leichtesten Lose, das man hat. Und dieses Geld, was man damit einnehmen kann, wenn man das jetzt wieder leichtfertig verspielt und dann wieder, man hört, ja, wir haben ja kein Geld, um neue Spieler zu holen. In der Winterpause, wir haben ja kein Geld, um einen anderen Verteidiger zu holen oder was auch immer. Dann kann ich es wirklich nicht mehr hören. Also weil die Chance auf 800.000 Euro, der liegt schon, der Tresor ist offen, du musst nur hingehen und es dir holen. Aber ja, dann höre ich wieder, es ist ja die zweite Liga, da ist nichts berechenbar. Aber auch, auch wenn es mir schwer fällt, das jetzt anzusprechen, weil ich lange ein großer Verteidiger von ihm war. Aber man muss halt auch sagen, wenn jetzt Schalke und Regensburg nochmal schief geht, dann wird es dann auch für Alexander Zornik tatsächlich dünn. Also dann fehlen ja irgendwann auch die Argumente. Wenn du halt dann fünf Spiele in Folge jetzt schon nicht gewonnen hast, dann werden es sieben Spiele in Folge ohne Sieg. Und man merkt ja auch, dass irgendwie auch so langsam die Sachen halt verpuffen. Also da kommt irgendwie nichts mehr an. Früher hat es ja auch oft geschafft, die Mannschaft wieder wachzurütteln. Das war das, was er ja oft danach gesagt hat, wenn es Negativmomente gab, dann gab es immer wieder danach eine Reaktion darauf, also auch auf diese massive Auswahl aller Systeme in Rostock damals und so. Es gab immer wieder Spiele, in denen man es dann gepackt hat oder man war zu Hause einfach extrem stark, was einem ja auch geholfen hat in dieser Zeit, in der man halt im Abstiegskampf unten war. Jetzt ist meine Heimtabelle mittlerweile nur noch auf Platz 13. Fünf Spiele, fünf Punkte, fünf zu acht Tore, also das auch zu Hause. Keine gute Bilanz mehr, man hat zu Hause und auswärts gleich viele Punkte geholt. Nur ein Sieg zu Hause am ersten Spieltag, jetzt kommt dann der zehnte. Also das ist schon auch nicht viel und ich will auch, also ich will nicht sagen, es liegt alles am Trainer, also weil der Trainer kann nichts dafür, wenn Verteidiger einfach nicht verteidigen. Also ja, da kann man sagen, vielleicht ist der Verteidiger, der Verteidiger spielt kein Innenverteidiger, dann kommen wir zum Thema Kaderzusammenstellung, aber den Willen zu haben als Fußballspieler, wenn ich näher am Ball bin, den Ball einfach ins Auszuschießen, den muss man haben und das liegt dann nicht am Trainer. Aber trotzdem, das sind die Mechanismen des Profifußballs, ich glaube, dessen ist sich Alexander Zorniger auch bewusst. Ich fand die PK von ihm nach dem Spiel schon sehr nachdenklich, sehr ruhig, also kurz mal sauer, dann wieder sarkastisch, aber das ist, glaube ich, jetzt extrem spannend werden und falls die einigermaßen gut werden, die nächsten drei Spiele auch spannend werden, weil dann spielt man gegen Darmstadt zu Hause, die ja auch noch in der Tabelle hinter einem sind, oder, wenn ich es richtig im Kopf habe, also das sind jetzt sehr entscheidende Wochen, zumindest waren sie sehr lange dahinter, also eine Mannschaft auch, die mit unten drin steckt, also noch keine von weiter oben und dann kommt Köln und ja, der 1. FC Köln ist auch eine Wundertüte, da kann alles passieren, aber die können dich offensiv halt auch überrollen und dann wird das Trömmische sehr oft gehen im Müngersdorfer Stadion, wenn du da nicht verteidigst und dann ist es schon wieder Länderspielpause, also es sind auf jeden Fall sehr entscheidende Wochen, aber ich würde erstmal sagen, es sind jetzt sehr entscheidende Wochen, also sehr entscheidende acht Tage nehmen wir Montagvormittag auf bis zum nächsten Dienstagabend, also wenn du auf steigern Niederlage stehst und man den Pokal ausscheidet, boah, ich möchte es nicht erleben, aber das Schlimme ist ja, man kann sich das einfach auch vorstellen, also wer diese Mannschaft wie leblos sie agiert hat in diesem Spiel, kann sich das halt leider einfach vorstellen und wie du sagst, das wird jetzt eine Charakterprobe und da zeigt sich halt wirklich, ob man dieser Situation gewachsen ist, also man hat in den letzten Jahren ja schon jetzt nach dem Abstieg einige Momente gehabt, wo man immer dachte, okay, wenn das schief geht, dann rutscht man wirklich unten rein und hat sich die Mannschaft immer wieder gezeigt, also man denke nur an dieses Heimspiel mal gegen Regensburg, war es Regensburg doch, dass man gewonnen hat gegen Regensburg, als sie dann abgestiegen sind, dieses Spiel gegen Lauter, das man in der Nachspielzeit noch gewonnen hat, man hat es ja dann immer wieder geschafft, den Kopf so aus dieser viel zitierten Schlinge zu ziehen, aber da gab es auch nicht so Phasen wie in dieser Saison, also weil ich kann mich sicher an kein Spiel erinnern von neun, das wirklich über 90 Minuten überzeugend war, es gab immer wieder Phasen, die überzeugend waren, aber mittlerweile überwiegen halt die Phasen leider, in denen es nicht gut läuft, in denen man nicht gut verteidigt und auch in der Expected Points Tabelle, da kann man auch streiten über wie solche Statistiken erhoben werden, aber sie zeigen halt auch ein eindeutiges Bild in der Expected Points Tabelle, also nach statistisch erwartbaren Punkten ist es Klipp halt auch Tabellen 17. Vorjahr in Regensburg. Keine erbaulichen Worte, Chris, ne? Ne, aber manchmal ist halt scheiße einfach, es ist gerade scheiße, so blöd, wie es sich anhört, aber es ist einfach scheiße. Nach so einem Tag ist es, der Tag war schon so, dann ist es, ja, das ist, was will man, es muss ja auch einfach so sein, also deswegen sind ja so, es ist ja auch manchmal gut, dass solche Situationen gibt es ja nicht oft, wie gesagt, auch solche Niederlagen gibt es ja zum Glück nicht oft, aber dann, dann muss es auch einfach mal so sein und da gehört es auch dazu und dann muss man dann durch, aber ich, ja, es könnte so, so gut laufen alles, also die Leute sind da, es sind immer mehr, die Dichtschaft nach der Bühne wird erhöht, aber, also vielleicht nicht in der Kapazität, aber die Entwicklungen könnten schon passen, aber so tut es alles dann irgendwie noch ein bisschen mehr weh. Dann, wenn es so weh tut, beenden wir das Leiden doch einfach, oder? Also wir müssen es nicht unnötig in die Länge ziehen, wir beenden das Leiden, wir machen auch keinen Ausflug auf Spiele auf Schalke, ich habe keine Lust darüber zu sprechen, die Mannschaft ist jetzt in der Bringschule, die Mannschaft soll jetzt zeigen, was sie kann, es ist ja auch nicht so, dass es da jetzt 100 Alternativen gibt, dass man anders aufstellt, also es muss diese Mannschaft, die jetzt da ist, zeigen, dafür ist die Bank momentan noch zu schwach, da kommt zu wenig, man hat das Testspiel gegen 60 gesehen, zu wenig, um den anderen gefährlich zu werden, insofern muss diese erste Elf oder die ersten 13 vielleicht mit einigen kleineren wechseln, muss es jetzt richten und dann sprechen wir einfach nächste Woche drüber und dann schauen wir mal, wie es war, oder? Das ist eine ganz einfache Herangehensweise. Dann sage ich, danke dir Chris, fürs dabei bleiben. Ich habe dir immer zu danken. Und in großen Klammern, danke für den zweiten Take, denn beim Kleebutt läuft gar nichts, auch bei uns gab es am Anfang technische Probleme, wir hoffen, wir haben es trotzdem hinbekommen, denn die erste Viertelstunde mussten wir nochmal neu aufnehmen, hat niemand gemerkt, hoffentlich, und damit in einem Transparenz-Podcast sage ich, macht's gut, bis bald, Ade. Ciao, ciao. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de und nn.de und nn.de